Nachdem das Fahrzeug eingeschaltet wurde, drücken Sie das Daumengas, um die Anfahrhilfe zu aktivieren. Diese Anfahrhilfe ist bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km pro Stunde wirksam und hilft dabei, ein sanftes und kontrolliertes Anfahren zu ermöglichen. Um die ONO rückwärts fahren zu lassen, gibt es einen speziellen Knopf am rechten Griff. Wenn Sie diesen Knopf betätigen, wechselt das Fahrzeug in den Rückwärtsgang. Dies ermöglicht es Ihnen, die ONO rückwärts zu manövrieren, was besonders in engen Räumen oder bei schwierigen Parkbedingungen sehr hilfreich sein kann. Während Sie rückwärts fahren, erscheint auf dem Display ein Hinweis, der Sie daran erinnert, dass die Pedale beim Rückwärtsfahren mitdrehen. Sie können Ihre Füße auf die dafür vorgesehenen Streben des Rahmens abstellen oder rückwärts in die Pedale treten. Zum Anhalten ziehen Sie gleichzeitig beide Bremshebel, um schnell und sicher zum Stillstand zu kommen. Üben Sie das Fahren und Bremsen mit der ONO vor Ihrer ersten Tour auf einer geeigneten Fläche. Gewährleisten Sie immer Ihre und die Sicherheit aller VerkehrsteilnehmerInnen.